Seit 40 Jahren entwickelt DSG Canusa Lösungen für die elektrische und mechanische Isolation von Bauteilen und Leitungen. Dabei dreht sich bei uns einiges um das Automobil. Denn die endlos Kabelverbindungen, Leitungen und sensiblen Bauteile müssen vor mechanischen, thermischen und chemischen Einwirkungen geschützt werden. Safety first. In der Automobilproduktion muss alles schnell und vor allem automatisch ablaufen. Dazu wird unsere D-Ray AutoSeal Bordnetzdichtung in einem Vollautomatisierungsverfahren direkt mit den entsprechenden Kabelverbindungen verbaut. Das gewährleisten wir mit dem D-Ray AutoSeal Man 40. Mit diesem Verarbeitungsmodul lässt sich D-Ray AutoSeal vollautomatisch konfektionieren und anschließend problemlos weiterverarbeiten. Ein manuelles Einarbeiten des Dichtmediums entfällt, somit ist die Längswasserabdichtung im Automobil garantiert. Isolieren, abdichten und schützen. Einfach, aber effizient und schnell, dank D-Ray AutoSeal. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann zögern Sie nicht und fordern Sie technische Informationen an. Unsere Experten freuen sich auf Sie. Auf Wiedersehen.